Moin, willkommen zurück zum Elden Ring Video. Heute, ihr habt es bestimmt gerade schon gesehen, geht es um den Ringed Finger. Das ist eine richtig, richtig witzige Waffe und die hätte ich gern. Und ich zeige euch, wo ihr die findet. Ich räume hier gerade ein bisschen mein Inventar auf, weil das Ganze ist in Gelmiers Höhle und hier muss man durch ganz viel Lava. Und dafür nehme ich mir immer eine Waffe mit, womit ich ganz schnell durch Lava laufen kann. Und ich glaube hiermit könnte das ganz gut funktionieren. Also Abfahrt. Ihr müsst hier im Grab des Helden von Gelmiers. Das Grab ist eigentlich gar nicht so versteckt. Also wenn ihr hier den Bereich frei habt, das relativ offensichtlich ist und ich kann es mir gerade mal zeigen. Ah, dafür muss man hochfahren. Auge, der Bestie zittert. Also ich war hier selber auch noch nicht. Also ich war hier schon, aber ich kam hier nicht weiter so. Denn hier gibt es ein großes Problem oder mehrere große Probleme. Einmal gibt es hier diese krassen Fahrer, die einen umbringen. Die sind erstmal irrelevant. Da ist es. Scheiße. Natürlich ist gerade keine gute Waffe dabei. Also ich habe schon eine gute Waffe dabei, aber... So, dann laufen wir mal schnell hier runter. Ich denke mal bis zur nächsten Höhle sollte ich schon kommen. Scheiße, schon wieder aus, schon wieder aus. Die Arsch habe ich. Ja, ich träge weiter. So, hier unten geht es nämlich weiter mit der Lava. Ihr springt hier hoch. Aber ich freue mich mal eine bessere Waffe. Für normale Angriffe. Also normale Kämpfe hier. Ach, der Sack. Ich wusste doch, dass hier so ein Scheiße ist. Ach man, eine andere Waffe. Komm, dann kommt noch einer. Auch in der Hut. Ähm, genau. Dann gehen wir oben lang. Die Gegner hier kann ich Killing geben. Aber ihr könnt ja auch einfach ignorieren und einfach da lang laufen. Das ist Also egal. Die sterben dann eh vom Feuer. Muss ich mal gerade gucken, wo ich lang muss. Oh, da kommt ein Wagen. Ich glaube, hier muss man runter. Ja, ja. Ich glaube, man muss weiter runter. Da oben ist meine ich auch was. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter runter. Boah. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass ich davon nicht sterbe. Weil, was viele nicht wissen, man stirbt nicht, äh, instant davon. Das zieht halt einfach nur übel viel ab. Hier diese ganzen Extrawege. Da könnt ihr überall runter. Rechts ist ein Gegner. Müsst ihr auch aufpassen. Da ist so ein Zamor-Gegner. So, und hier ist jetzt diese Lava, wo ihr durch müsst. Und dafür brauche ich diesen Schnellschritt. Weil da unten muss ich hin. Oh, ich glaube, das, äh, schaffe ich nicht. Okay, dann werde ich einmal getroffen. Was sollte ich überleben? Sag ich ja. Dann heile ich mich schnell. Dann geht's weiter mit dem Schnellschritt. Scheiße. Und hier unten soll eigentlich was sein. Ach, da. Scheiße. Da vorne. Also, ihr seid auf jeden Fall schon mal wieder safe. Und da ist der Eingang. Und auf der anderen Seite. Kriegt ihr hier eine Bestienblut? Dann geht's hier hoch. Hm. Unten ist ein Boss. Keine Ahnung, was das für ein Boss ist. Aber... Ich hab irgendwie Bock auf den. Äh, sollte eigentlich nicht so schwierig werden. Heldenhafter Roter Wolf. Das kriegen ich hier meine Mikkel. Ganz sicher. Guckt euch den Schaden an. Also, solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Der ist nicht schwer. Ach, ist ja fertig. Asche des Blumentotrinters Flo. Hm. Auch cool. So, und hier in der Kiste soll jetzt dieser Finger sein. Todeswurzel. Hä? Wo ist der Finger? Ja. Ich bin anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Jetzt wisst du auf jeden Fall, wie er zum Boss kommt. Das war nicht das, was ich zeigen wollte. Aber auch gut. Dann wissen wir das auch. Ähm, ich suche jetzt nochmal den richtigen Weg zum Finger. Und versuche das dann richtig zusammenzuschneiden. Ups. Also, man läuft hier runter. So. Ja, ihr könnt mich mal gerne haben. Und hier muss ich rüber. Safety, Freund. Und dann wieder hinterher. Kann natürlich auch sein, dass ich hier irgendwo runter muss. Und ich weiß das nicht. Oh, aufpassen. So. Kann auch sein, dass ich hier weiter runter muss. Das werde ich jetzt mal ausrücken. Und nicht hier hoch. Ich werde jetzt mal hier weiter runter gehen. Und gucken, was es da gibt. Was ist da rechts im Loch? Gar nichts. Hier ist auch nichts. Mal kurz, bis der vorbei ist. Dann gehe ich noch weiter runter. Okay, der fährt nur bis hier. Da ist nix. Aha. Hier geht es auch mal weiter. Da ist auch eine Chest. Aufpassen, ob es hier Gegner gibt. Sieht nicht so aus. Oh, ich dachte schon. Die Lassian hier werden Gegner. Und? Da haben wir einen. Beringter Finger. der fällt nicht mal gefällig ist runter gefällt nicht die sind aber hartnäckig wenn euch das video gefallen hat gerne den kanal abonnieren und bis zum nächsten mal haut rein